Du rettest mir da gerade meinen Arsch. Du musst dir ein bisschen Gas geben. Bist du talentiert und verschwendest alles. Ja, ja, sagt die Hanna auch immer. Die Geschichte ist gut. Sie können gerne das ganze Buch haben. Zusammenfassung erreicht. Kopf hoch, Schatz. Chacomo! Bei Fuß! Chacomo! Hanna, du hast da definitiv die falsche Hinten ausgesucht. Oaschloch, Kies! Somit ist bei der österreichischen Polizei gemacht. Quack, wer alles für das Oaschloch! Es war Maximilian Feldner. Wie ist denn das möglich? Ich war doch auf seiner Beerdigung. Dachte ich auch. Ich bin unschuldig, ich habe überhaupt nichts getan. Ich möchte bei einem Anwalt sprechen. Schönen Abend noch. Was, du, die Verschüsse, sich der Anlag fütert? Wie glaubt du bist tot? Ich heiße übrigens auch, Hanna. Innerhalb weniger Augenblicke muss das gesamte Nervensystem zusammengebrochen sein. Wenn Sie mich fragen, sind die beiden erstickt? Gleich in der Mordkommission. Kommen wir mal raus, Kuttern. Max? Max, wo steckst du? Und warum ist Chacomo heute alleine nach Hause gekommen? Was schön weibricht? Da musst du schon gescheit laufen, du, du Amateur! Wenn das überhaupt die richtige Name ist. Das ist ja aus meinem Haus, du komm ich gar nicht. Ich glaub, du bist tot! Du bist von Anne, es nicht vergeben. Weißt du, wie verschießt sich der Anlag fütert? Ich wohne schon lange nicht mehr da. Wo warst du die letzten drei Jahre? Ich wohne nicht mehr. Geld verändert die Menschen. Es korrumpiert. Zerstört Leben. Glaubst du, dass jetzt deswegen lebendig wird? Glaubst du, dass irgendjemand deswegen lebendig wird? Lebendig wird!